Seit Anfang Juli ist Peter Plettenberg Chefarzt der Geriatrischen Abteilung des St. Johannes Hospitals. In der Geriatrie geht es um Menschen mit alterstypischen Veränderungen, wird Plettenberg um Verständnis im Umgang mit Älteren. In der Abteilung für Geriatrie des St. Johannes Hospitals werden Patienten im höheren Lebensalter behandelt. Unmittelbar nach der akuten Behandlung von Schlaganfall oder Knochenbrüchen beginne man in der Geriatrie mit der Rehabilitation. Ein großes Team, dem auch Psychotherapeuten, Sozialarbeiter oder Logopäden angehören, behandelt die Patienten.